Okay Dann wahrscheinlich Oh nein Muss ich dann nochmal hoch Alter Schwede Was zur Hölle war das denn? Alter Schwede Ah das war das Boy habe ich mich eben eingeschissen wieder mal Oh verdammt Alter hat der eine Minigun Jupp hat er Erledigt? Erledigt Jawohl Eine dicke fette Minigun Geil Gefällt mir doch Das gefällt mir So für die restlichen Waffen habe ich allerdings noch genug Munition Sodass ich die nicht irgendwie ersetzen muss oder so Oder ersetzen sollte durch die Pistolen Oh cool Das ist ja gut Und noch ein Medikit Geil oh das lasse ich aber erstmal hier noch Da habe ich eben schon wieder hier Als ich da kurz rüber geguckt habe Zu dem blutverschmierten Gang Da hatte ich schon wieder Frame Einbrüche Ich glaube irgendwie Kriegt das Spiel das nicht so richtig geschissen hier mit dem vielen Blut Na geht noch Geht noch So runter hier oder Ich weiß nicht kann da nicht rüber Doch kann ich Erstmal Quick Save Darf nicht fehlen Ach hier bin ich jetzt wieder Oh nein Hätte ich da etwa gar nicht runterspringen sollen Shit Ach nö Ja das war natürlich doof gelaufen Dann heißt es jetzt nochmal laufen Aber ich glaube die Oder die Events dürfte ich schon alle ausgelöst haben Hier wenn es Also Dürfte da jetzt entspannt sein hier Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Ja okay Glückgarten Ja ja Medikits habe ich auch immer noch alles Hier war der Kerl mit der Minigun Genau dann bin ich hier Einmal rum Genau durch den blutverschmierten Gang Das heißt hier bleibt nur noch die Tür an sich Wo ich lang gehen kann Beziehungsweise lang gehen muss Ach Checkpoint Sehr gut So Entschuldigung dafür eben Ich wurde hier wieder mal gestört Ich hasse es gestört zu werden Wenn ich aufnehme Wow Oh verdammt Die Mine kam wieder zurück Klasse Kann man natürlich nicht wieder aufheben Allein schon Fickt euch Am Arsch So Moment Da haben wir die Granaten Oh scheiße Ne Wo haben wir das Checkpoint da Zack laden Das mache ich nicht mit Oh ich wollte gerade sagen Hui da kam er angeflogen Oh geil Alter wie viele Mine ich hier gerade kriege und Granaten Nein Verdammt Geht doch So Genügend Munition habe ich auch noch für den Rest Das heißt Schon mal was hier hinterher hat sich verbirgt Oh verdammt Wir haben Oh ja genau ey Die die haben wir von hinten angefickt Komm hier Hier hat nur noch einer Genau Genau Verrecke So das war mir das extra Magazin wert hier Alter du kleiner Schwanzlutscher Penetrator Na Schiss So Zwei Das sind schon ein paar mehr Junge Da hockt der rum Was ist denn das für ein Feigling Das hat er doch Stil Ist er wenigstens aber auch draufgegangen Gut Sein Glück Ja Komm Mann ey Wie die immer sich von hinten ranschleichen Ich hasse das Ja jetzt komme ich hier nicht mal rüber Oder was Doch Wichser So Weg von den Fässern lieber Wo ist der jetzt schon wieder? Da oben Das kann Bam 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 Alter der kann seinen Kopf voll verdrehen Ist immer voll krank Gut Das sind normale Da sind noch Explosive Die jag ich lieber persönlich in die Luft Als dass das nachher irgend so ein Fixer macht Ups Das war falsch Ähm Jo Das war es an sich hier Mehr gibt es hier nicht Ach komm Wieso habe ich schon wieder so ein mieses Gefühl? Ich habe immer ein mieses Gefühl glaube ich Ja Mhm Aus gutem Grund Oh Gott Was denn jetzt schon wieder? Okay What the fuck Nachladen Ja super Okay 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 Schnell weg hier Wieso ist da ein Stuhl? Oh Gott Mann 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 Das wird wieder hier ein Spaß Yay Oh 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 Stirb Stirb Oh Gott Ich habe mich wieder verjagt hier Das darf ja wohl nicht wahr sein Okay Nächste Tür Ah Hier ist die Überwachungszentrale Da ist ein Gitter Kann ich denn hier durch die Tür Exit Wahrscheinlich nicht War so klar Ah Ah So Dann heißt es mal wieder durch die Schächte Ups Okay Wieso ist das hier so? Hm Och Okay Okay Ach komm schon Da wird jetzt doch wohl nichts Nichts passieren Haha Toll Muss ich da runter Okay Der Abschnitt wäre geschafft ZL Disconnect from server Ja und Singleplayer Loadgame Ach Fickt euch doch Das ist ein Witz Oder Was soll denn die Scheißnummer jetzt bitte Ach kommt Das ist doch Boah Ja okay Flatsch Da kam er an Health Boost So Alles klar Fuck Fuck Okay welcher Idiot hat das Die Granate bitte geworfen? Bam Und weg war sein Schädel Nee den Penetrator Nehme ich mal noch nicht Scheiße was war denn das bitte jetzt schon wieder wegen so'n Back kann ich jetzt alles hier nochmal machen das geht mir irgendwie ziemlich auf den Piss Auf den Sack Auf die Eier Ach genau Der lebt immer noch Wichser Wichser Alter Alter Ja genau noch einer Boy So So Ja ja Kennen wir ja schon alles Wer war das überhaupt? Ja 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 Diesmal erschrecke ich mich nicht Kein zweites Mal hier Könnt mich mal Medikett nehme ich natürlich noch mit Weil ich eben Ziemlichen Scheiß hier gebaut hab So F5 Sollte das nochmal kommen Muss ich nicht ganz von vorne zumindest wieder anfangen Nach 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 So Ähm So Alles klar Und bam Bam So Nochmal Quick Save Falls nochmal der Fehler kommt Und hopp Jawoll Damit haben wir das Press Any K To continue Na Jawoll Diesmal hat es geklappt Dann würde ich sagen Mache ich hier mal eine Aufnahmepause Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao